Hier lagern jetzt nur die neuen Schuhe, wir haben hinten da einen Raum, da sind die ganzen Raufenschuhe drin, die wir dann den Darstellern für weitere Verträge und in der Regel haben alle gerne weitere Verträge, wenn wir uns wieder zukommen. Hier sind die Schuhe, wo immer die Akropaten richtig anhalten, siehst du immer die richtig Schwung schaffen, die Sachen machen, ne? Wahnsinn, oder?